die muss ich jetzt ziehen langsam ich trottel doch so ich trottel Lücken rein zaubern der war wichtig da kommt 4,1 nicht schlecht Nicht mehr. Manchmal dreht sich halt so ein Spiel. Manchmal dreht sich halt so ein, was es geht 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 so ein. Was wir haben, was wir hier haben, was wir hier haben, was wir hier haben. Was wir hier haben, was wir hier haben, was wir hier haben. Was wir hier haben, was wir hier haben, was wir hier haben. Ja, das ist eher oder, ne? Eher oder. Ja oder. Aber ich kann es mir noch überlegen. Ja. 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 Ja, das stimmt. Ja. 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 Vielen Dank. Applaus Applaus Gibt ja was ja du gar nicht Applaus 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 Ich krieg's nicht besser, ich krieg's nicht besser, tut mir leid. Lass euch dann noch etwas zu mir in den Rack machen. Applaus Ich hab alles verloren, ich hab nichts. Applaus 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 Vielen Dank. Jetzt läuft das für dich auch klar. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Ja, wo ich gepunktet habe, die waren ja auch schon wieder verloren. Ja, wo du jetzt gebunden hast, ungefähr. Ja. 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 Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Also ich weiß nicht, aber die habe ich nicht gezogen, weil ich mir denke, dass die Vieren sowieso hier gebraucht werden, um zu schlagen. Und stattdessen habe ich die 5-4 gezogen. Wenn das falsch ist, dann ist es schon echt ärgerlich, weil die Sequenz war... So stand es, du hattest 4-2 und hast den weggestellt hier. 4-2, ich hatte hier 3-2 so gespielt, dann 4-2 und dann habe ich 5 aufpassen. Und jetzt die letzten 5. Und? Den? Die war gut. Vom Gespieler, ja okay. Ja okay, das ist praktisch mit 2-6. Ja gut, 2-5 wahrscheinlich noch, ne? Ja gut, 2-5 wahrscheinlich noch, ne? Ja okay, aber es ist halt genau die Sequenz gekommen, es ist, du hast getanzt, sind schon 1-Up-Rest. Mit dem 1-Up-Rest konnte ich halt nichts anfangen, das ist so gestraft worden. Das ist auch noch die Frage, das hat mir aber nicht gesagt, aber so weiß ich nicht, ob das jetzt nicht so ist. Ich weiß nicht, wie kann man das auch probieren, normal ist ja Vollkontakt, also ist ja klar, daher passt das kein guter Wort. Ich weiß noch nicht, hätte ich ein bisschen mehr reingucken. Ja, und vielleicht ist es ja sogar ganz gut, den da wegzuziehen, weil wenn du mich auf die Bar steckst, dann bringe ich nicht. Es sind nicht so viele, die da wegziehen müssen, 6-1, 6-2, 6-4, 6-5, dann bin ich froh, dass die da ist. Ja, wenn ich die 2-Steine kriege, ist mir das ja egal. Ich bin die 2-Steine kreischt. Ich muss ja nicht unbedingt die 2-Steine kreischt werden, aber ich muss mir das ja nicht wissen. Ja, ja, das war schlecht. Ich habe ja... ...dereggen sich sehr gut. ...dereggen sich sehr gut. ...dereggen sich schon. ...dereggen sich schon. ...dereggen sich. Ich habe die Partie für fünf Föderungen oder so. Kann man sowas trainieren, oder? Ich kann jede Partie föhren, aber irgendwie fünf Föderungen, so, so, oder? Ein bisschen was euch. Und dann habe ich zwei, drei, nein, so. Zwei, drei. Vierer passt vorher. Ja, genau. Ja, genau. Eins hat das. Das habe ich vier. Ich kann mich natürlich auch irgendwie blitzen, aber ich weiß nicht. Dann wird die Wahrscheinlichkeit vielleicht noch... Ich habe es mir gedacht, dass ich mich nicht schuldig habe. Ich bin ja Käpt'n. Ich weiß nicht, ob hier. Und dann hast du, glaube ich, noch mal eine Zwei geworfen. Das ist schon ein Vier-Punkte-Board. Aber deswegen... Das ist der, der in der Partie gewandt hat. Also, das ist der, der in der Partie gewandt hat. Das ist der, der in der Partie gewandt hat. Das ist der, der in der Partie gewandt hat. Das ist der, der in der Partie gewandt hat. Ich weiß nicht, wer es für vier oder zwei. Oder es ist ein bisschen zwei. Ähm... Ähm... Also ich will den gar nicht nach oben, das macht du selbst, also wenn du den Kommentier machst oder so, ich will gar nicht, dadurch, dass du zwei auf dem Computer noch nicht blitzt, das ist für mich kein Problem. Der macht ja alles, der macht ja alles, der glitzt, der ist ja für alles. Wenn du hast, dann vierer Pass, ich weiß gar nicht, ob man den vierer Pass vielleicht noch spielen kann. Vielleicht kann man das ja so gerne mal spielen. So, und D, ein, zwei, ne, es geht um. Guck mal hier, in der Sequenz, willst du mal sehen? Nachdem die Partie sich dreimal gedreht hat, kriegen wir das raus. Und jetzt, so, jetzt habe ich, ähm, vier, zwei. Oder ich will die ersten keine verschwenden. Ne, ne, den, ne, den hatte ich schon. Von der Einser, vier, zwei hat es auch gespielt, kann man, kann man vielleicht auch die, die, die. Ist ja okay. Achso, jetzt ist ein Answort. Ne, ich will, äh, vielleicht schlagen. Vielleicht schlagen. Jetzt kommt der vierer Pass, den muss ja da stehen. Wir schlagen auch nicht. Also, jetzt ist es okay. Vier, zwei, dann kommt der Einser Pass. Keine Angst, kommt der. Das ist nicht kaputt, geht irgendwie. Genau, dann kommt vierer Pass. Genau, und jetzt kommt die zwei. Kann nicht anders. Ja, da guckst du, da guckst du, da guckst du. Da guckst du, da guckst du. Da guckst du, da guckst du. Wie geht das, fünf? Ähm, äh, ich hab's vielleicht vor. Oh, ja. Was hast du, drei, fünf? Ach, drei, fünf. Doppelheizendat. Hä? Ja, ja. Ich habe ganz übersehen. Ich habe keinen. Naja. Naja. Naja, nix. Durchatmen. Durchatmen. Jetzt kommt vier, zwei. Vier, zwei. Dann kommt vier, drei. Eins. Hat doch alles geklappt. Jetzt kann man die Partie nochmal gewinnen. Jetzt ist die nett. Wie ist es denn das letzte Mal? Mit schlagen. Na gut. Von der Sequenz. Aber okay. Du hast schon recht. Aber nicht. Das ist schon recht. Das ist schon recht. Das ist schon recht. Ich glaube, das ist schon recht. Ich habe jetzt vier, vier, elf. Aber ich glaube, ich bin sicher. Und das war indirekt. Aber in dem, also es bleibt dann zwei, 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 vier, was aber auch nicht der Weltuntergang ist. Und zwei, sechs waren Philips, die geht das auch schon verschreckt. Also im ersten Moment ist von der Sequenz her verliere ich jetzt das Weg. Also er tanzt wie ein 1.5. Er hätte das getrunken. Das ist nicht der 2.5. Ich spiele nicht dem 1.5. Also ich spiele nicht dem 1.5. Aber ich habe es da auch gespielt. Ich habe es da eigentlich. Ich kriege sie, ich hatte ich gedacht. Genau so. Ich spiele nicht. Vielleicht ein bisschen verzogen. Das ist ja auch Gämmen gewinnen. Ich dachte, ich krieg dich in dem Spiel. Stefan, das war mir eine Freude. Das habe ich für viele Kunde eingeführt. Tja. Das war gut.